Ich möchte sie gerne das Ding weiterbauen, solange keine Bären mehr da sind. Die armen Hühner. Für mich, dass er dann immer schlechter geht. Weil da ist noch Wollschbleich. Also ich weiß, dass hier noch ein bisschen ein Bär rumbringt. Habt ihr ihn ja gesehen. Da. Ah, schön. Oh Gott, jetzt geht meine Munition leer. Ja, meine auch. Schön. Mann ey, du blöde Kuh, lad doch mal nach. Oh, Spielladen wird gestorben. Ey, die hat einmal nicht nachgeladen. Warum? Ja? Muss ich dich jetzt einfach mal logischerweise fragen. Warum hältst du direkt vor der Nase des Bären? Wenn du weißt, keiner von uns hat eine Waffe gezogen. Ich könnte kotzen gerade. Ja, das war auch wirklich eine Blutheit. Sorry, aber das war wirklich gut. So, lad mal bitte schneller. Ja. So, da sind wir wieder. Ähm. Ja. Was soll ich sagen? So ist das nun mal. Alles verkaufen. Okay. Okay. Jetzt haben wir jetzt nur eine Box wieder auf dem Magen. Das heißt, der Spielstand ist schon etwas älter. Ist in Ordnung. Eigentlich nicht. Ähm. Ja, warum die, warum die eigentlich nicht geladen hat? Ich hab geladen und die schießt aber nicht. Ich will schießen, dann lädt die nicht. Ah. Hallo. Wann ist denn mit der los? Da ist noch vielleicht, das ist gut, wenn es nicht passt. Ähm. Bitte ohne Bärenangriffe. Ich hoffe, es bleibt bei den einen Bären da. Okay, solange der jetzt noch nicht auf mich aufmerksam ist, halte ich mal kurz die Füße stehen hier. Boah. Manometer. Ich würde zumindest das ganze Fleisch hier drinnen haben. Boah. Ich krieg den Kriegler nicht der Füße. Haha. hin. Und das ist gut gelungen. Warte mal, kommt doch irgendeiner von der anderen Seite? Nö. Ist das ihm gar nicht aufgefallen, dass ich mich sparte? Oh, du machst dir gerade deine Figur neu. Was? Auf zu petzen. Ui! Uh, mein Gott, das kann man doch echt nicht machen. Du hast krumme Beine. Nein. Was denn? Alles in Ordnung? Äh... Und bist du jetzt weiblich? Jetzt muss ich mich mal kurz zum Kulassi, danke. Na, könnte ich. Will ich aber nicht. So, bevor der Bär kommt, ich lade lieber noch einmal nach. Der ist zwar noch nicht auf meinem Weg. Aber das hat hier in diesem Spiel noch lange nichts zu bedeuten. Okay. Da ist die Festung, da ist der dritte Bär. Ja. Jetzt leih mich mal kurz ein bisschen um. Ah, nur ein bisschen. Das ist nicht so bedeutend. Ach du Scheiße. Ja, wäre schön. Jaaaa. Und ein Bärengebiet noch gegen den Baum zu fahren, wäre nicht gut. So, ich parke das Auto jetzt mal hier. Ohhhh. Park da mal Blöko. Ähm. Nimm mal die Waffe. Und werde mal die Bären alle anlocken. Und dann renne ich mal zum Laden direkt. Okay. Da hinten ist ein Bär. Hallo. 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 Also drei Bären habe ich jetzt an der Backe. Gott, da fallen jetzt noch ein Vierter. Da bin ich nämlich auch noch mit. Geil. So, ich laufe jetzt einmal. So. Oh, ich sollte lieber rennen. Sonst wird das hier aber nicht. So, damit die auch ein bisschen mal rankommen hier. Das Auto lasse ich mit Absicht da stehen. Damit die ja nicht denken, dass sie es auch leicht haben bei mir, in der Herze kommen. Ich bin eine schwere Dame. Mit bärenstarken Beinen. Ich traue mich gar nicht nach hinten zu gucken. Hm. 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 Okay. Ja, kommt mal. Ah, das macht einen Spaß hier. Okay, einmal nachladen. So. Fertig. Und dann nochmal ordentlich nachladen. Fertig. Milch. Later mal schneller. Gute Frau. Genau. Okay, dann verkaufen wir das ganze Beerenfleisch. Also so. So kann man, man lockt die Beeren hier ran und dann kann man es ja erstmal schön hinter die Ingele. Daher.